Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Mirror's Edge. Hatten wir auch letztes Mal schon. Und ja, schlechte Neuigkeiten. Ich habe V-Sync angestellt, aber irgendwie hat man immer noch vorher das T-Ring. Ist ein bisschen kacke, ja, da scheint das Spiel einfach ein bisschen inkompetibel zu sein. Naja, müssen wir halt mal mit leben, nicht wahr? Vielleicht ist es ja jetzt nicht mehr so doll. Ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt aber weiter in diesem gelben Gebäude. Ja, in der letzten Folge haben wir ja quasi den Plot erfahren. Die Schwester Kate wird des Mordes beschuldigt an einem Politiker. An dessen Namen ich wieder vergessen habe. Popes oder so. Oh, shit. Und weg hier. Ja, und jetzt werden wir verfolgt, ne? Weil wir jetzt auch ein bisschen davon beschuldigt werden. Und irgendwie alle werden beschuldigt. Aber das macht nichts. Darin ein paar Mitarbeiter schon mal lang. So, jetzt ist man hier ganz elegant an der Wand. Und... Wuhu. Kriegen viele, glaube ich, nicht hin. Hab ich damals auch nicht beim ersten Mal hingekriegt. Was, da noch was? Nö. Oh, beia. Kleine Abkürzung. Na, fast jedenfalls. Oh. Voll daneben gehauen. Trotzdem funktioniert. Easy. Oh, beia. Da kommen sich schon die ganzen Bullen. Schießen schon gleich hier hoch. Das gibt's doch einfach gar nicht. Wir waren das nicht, Mann. Äh. Aua. Schaff ich das? Nein. Ich muss woanders hin. Okay. Lol. Nur mal von hier. Ich wollte mich so verarschen. Mach die Kaktür auf, Mann. Dankeschön. Jetzt muss ich hier nochmal langrennen. Und mein Stick ist... Hallo? Warum renne ich so langsam? Scheiß Fake Xbox Controller. Ich gekotze von den Dingern. Muss mir echt mal einen echten holen. Als nächstes. Oh, beia. Ui. Elegant durchgeschmördelt. Ich hoffe, ich finde schon wieder irgendwelche Wörter. Warm. Okay. Wo muss ich denn dann lang? Da vielleicht? Nee, das... Das überlebe ich doch auch nicht. Mann. Ich weiß ersthaft nicht mal, wo ich lang muss. Springst du... Nein, ich wollte gar nicht springen. Dankeschön. Ich wollte überhaupt nicht springen. Mann. Ich hing wieder irgendwo in der Wand fest. Das ist ja mal ätzend. Wo muss ich denn dann hin? Oh, der Scheiß. City Eye. Hm. Bam. Muss ich vielleicht in eine andere Richtung. Und ich weiß es nur noch nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Oh. Jetzt wollte ich gerade einfach schon springen. Das bringt natürlich nicht so viel. Mittelang schlittern. Äh. Hui. Oh. Aua. Das hat ein bisschen weh. Hui. 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 Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich lang muss. Ah, hier. Ach, ich kann hier runterrutschen. Aha. Okay. Das könnte der tödlichste Gang aller Zeiten werden. Brenn. Brenn. So schnell, wie als in den Sinn geht. Oha. Ich renne einfach irgendwo lang. Okay. Oh. Okay. B sagt mir, ich soll da hin. Dann gehe ich auch da hin. Centurion Plaza. Und laufe. Hehe. Centurion Plaza. Alles klar. Da lang. Kriech hin. Äh. Kriech bitte. Dankeschön. Egal, was hinter dir ist. Lauf einfach weiter. Ja, ich bin dabei. Brauchst du mir gar nicht so voller Schleuz erzählen. Auf der Plaza müsste dann Ausgang auf die Bahnverführung gehen. Krieg noch auf die andere Seite. Wo sie treuert. Da geht's zu. Deswegen gehe ich da rein. Er gibt Sinn, ne? Okay. Kommt voraus. Sei vorsichtig. Ja. So. Bam, bam, bam. Muss ja auch mal sein, ne? Höh. Jetzt trage ich schon Waffen bei mir. Oh, weia. Aus der Entfernung treffe ich noch nie im Leben. Die Typen aber schon. Das sind professionelle Profis. Äh. Komm ich da einfach so hoch? Eigentlich schon. Du hast dich fast abgehängt. Ich gebe dir Krieg. Krieg? Komm, Fade. Holen wir dich hier raus. Okay. Wie geht's wahrscheinlich? Ein Profi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo soll ich denn noch ganz hin? Gibt's doch einfach gar nicht. Kläre. Wir regeln das. Verdammt, Merk. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwittig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Paup-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Sel. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Copter Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat den Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er. Das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet er euch. Wollen wir bitten? Wer? Jack Knife. Drake weiß, wo Jack Knife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg da ein Wimmelsnusser von Kops. Alles klar. Ratte. Die ist weg. Aber verschwunden. Richtig dämlich. Okay. Jack Knife. Jack Knife. Okay. Äh. Loll. Ja, schaffe ich den Sprung? Boah, tatsächlich. Das ist ganz schön krass, was man hier alles so hinkriegt in dem Spiel. Für Sprünge. Ja. Aber hoch komme ich nicht. Das wäre zu viel des Guten. So. Heppa. Woo. Ah. Mann, ich drücke immer zu früh. Gibt's doch gar nicht. Ah. Jetzt werde ich wieder gejagt hier. Das gibt's doch einfach nicht. Bleiben Sie, wo Sie sind. Halt's Maul, Alter. Ohne Scheiß. So. Wo soll ich lang? Da lang. Und dann bist du ja eh nix. Ne. War ja nicht sogar ein Koffer irgendwie? Ich habe gerade irgendwie so eine Erinnerung. Aber scheinbar nicht. Die Koffer sind mir relativ egal, ne? Habe ich ja schon gesagt. Die sammle ich nicht. Wenn ich mal so ein Logo sehe, kann ich mich ja ein bisschen umgucken, aber... Muss ja auch nicht sein. Ich weiß gar nicht, was es genau bringt, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwelche Zeit-Challenges oder so. Ah, die sind sowieso nicht so interessant, glaube ich. Äh, toll. Ganz toll spielst du mir hier so ein rotes Finger. Zeigst du mir hier so ein rotes Finger zeigst? Ah. Ich habe schon mal ein Logo. Aua. Wow. Ah, da oben ist auch noch einer. Ist ja frech. Ah, da ist der Koffer. Nee. Zack. Da ist auch irgendwas. We are family. Serve and protect. Am Arsch. So. Oh, Leute. Ich bin genau an deren Laserpointer reingelaufen. Ist auch ungünstig. Du. Daumen ist eine rote Fahne. Das heißt, wir sind richtig. Ergibt Sinn. Okay. So. Erstmal am Rad drehen. Hahaha. Ach, ach, ach. Was ein Wortwitz. So. Macht immer wieder Spaß, so zu springen. Das macht Spaß. So. Wieder mal in ein Lüftungsschacht. Werden wir noch öfter, glaube ich. Die irgendwie alles am Gleichaus sehen. Und überhaupt dieses ganze Spiel gleich aus. Aber es ist halt Teil dieser Welt, ne? Dieser Zukunft. Wenn man so will. Bäm. Hallo, liebe Welt. Hier sind wir schon, ey. Das ist krass. Weil das Spiel dauert ja echt nicht lange. Ich hab damals so sieben Stunden gebraucht fürs Durchspielen. Aber. Das komische ist, dass ich das Spiel echt lange gespielt hab. Viele Tage. Und ich hab tatsächlich dann wahrscheinlich am Tag nur so eine halbe Stunde gespielt oder so. Weshalb das mal Wochen gedauert hat, bis ich es durch hatte. Ich wette, jetzt krieg ich es echt in ein paar Tagen einfach durch. Oh Gott. Ich wette, hier ist irgendwo auch ein Koffer versteckt, aber. Danach zu suchen, wäre jetzt ein bisschen zu krass, glaube ich. Oh, weia. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Das gibt's doch gar nicht. Äh. Ich muss ja. Leute. Aua. Aua. Ich muss da. Das überlebe ich bestimmt. Aua. Ja, ich muss nach unten, ne? Macht Sinn. Ah. Okay, hier sind Stangen. Hab ich nicht gesehen. Höp. Ei, ei, ei. Ganz schön knapp. Ein Zufall, dass hier genauso Stangen sind, ne? Ja, das ist aber auch wieder ein Zufall, du. Da kannst du, da kannst du. Echt, ne? So, alles klar. Was ein Weg, den wir jetzt zurücklegen müssen. Greif die Stange nicht. Ist okay. Ich zwinge dich zu nichts, ne? Ah, das muss ich. Ah, ne, okay. Ich bin wieder hier. Begabt. Ist nicht so lang. Ei, 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 ei. Faith, was machst du hier für eine Scheiße? Mann, Alter, das gibt's doch einfach nicht. Ah. Ei, ei, ich springe am Zaun vorbei. Wie schlecht war das denn jetzt bitte? Das war ja mal richtig schlecht. Ja, die dumm. So, vielleicht muss ich echt mal auf Maus und Tastatur umstehen. Irgendwie ist die Störung hier ein bisschen zu ungenau. Manchmal spreche ich echt an den Sachen vorbei, an die ich eigentlich ranspringen will. So, leider weiß ich nicht, wie weit es da unten geht. Soll ich lieber schon mal abspringen, wa? So, pffft. Äh. Kann ich auch mal nach unten gucken? Nö. Ich hoffe, ich bin hier sicher. Ja. Alles klar. Oh, weia. Wie tief das nach unten geht. So, hier ist der Knopf. Not, Tor, in die Redelung zu benutzen. Knopf drücken, in die Redelung, seit 15 Sekunden. Äh. Alles klar. Ich muss in 15 Sekunden irgendwo hin. Und zwar schnell nach Möglichkeit. Und gleich da oben hin. Ja. Ah, ja. Hier bin ich schon. Meine Güte, ich kenn das hier noch. So, hier. Hier habe ich auch ewig gerätselt, wie man da hochkommt. Hier muss man dann einfach, äh. Wo kommt man sich? Ja, hier kann man sich 180 Grad drehen. Alles klar. Mal, hui, hui. Oh. Oder. So. Äh. Genau. Also, ich dachte eigentlich, da wäre gar kein Ding zum Festhalten. Irgendwann muss man das, glaube ich, auch nochmal ohne machen. Einfach hochrennen, umdrehen, abspringen. Das ist gar nicht ohne. So. Wieder ein Knopf. Wow. Wieder ein Knopf. Das war ein ziemlich ähnlicher. Das war der weite Knopf. Äh. Okay. Boah, der Sound ist aber auch laut, ey. Das funktioniert alles nicht so ganz. Irgendwie ist der Sound komisch. Halt schon wieder, warte mal. Ne, der hat sich nicht verändert. So. Nochmal ein leiser. Easy. Hm. Merkwürdig, merkwürdig. Naja. Was soll's. Was willst du machen, ne? Ja, ich hole das Maximale aus dem Spiel raus. Fast Maximale. Da kann ich da auch nichts gegen tun. So. Balancieren. Das mache ich am liebsten in dem Spiel. Nicht. Aha. Die machen alles. Das werdet ihr gleich schon sehen. Da weiß ich nämlich schon. Sie haben sich da drin verkriegst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Ja, sehe ich schon da hinten. Hallo. Oh mein Gott. So. Höh. Hallo, liebe Polizisten. Bitte tut mir nichts. Oh Gott, da sieht man schon das Fadenkreuz. Oh. Die haben gerade eine Ratte abgeknallt. Kann das sein? Ihr Schweine. Muss hier weg. Oh Gott. Da habe ich schon gesehen, wie ich daneben greife. Das sind Fledermäuse. Die sehen gar nicht mal so gut aus. Ach lol. So, weg damit. Richtig schön ins Genick getreten. Ich glaube, der ist tot. So. Fragt sich jetzt nur, wie ich heranzume. Ah, okay. Dann kann ich die Typen da drüben mal gekonnt ausschalten. Bam. Aua. Bam. So. Aber mit dem Ding bin ich leider ein bisschen... Bisschen schwerfällig unterwegs, ja. Mal gucken, ob ich hier noch mehr sehe. Die ich schon mal abknallen kann, sonst muss ich die Waffe gleich fallen lassen. Äh. Ne, irgendwie nicht. Müssen eigentlich noch mal außen und so ein bisschen rumballern, weil es Spaß macht. Und ein bisschen auf die Leichen ballern. Weil ich so grausam bin. Okay, weg damit. Kann ich, glaube ich, auch wieder aufheben. Also, das wäre kein Problem. Aber wir brauchen sie nicht. Ich fand es nicht viel zu schwer. Genau wie mein... Egal. Oh. Wäre so schön, wie sich alles immer erst rost färbt, wenn man da rankommt. So plötzlich. Die Runner Vision. Soll das wohl wirklich nur vom Spiel aus sein? Einfach damit es ein bisschen einfacher hat? Oder haben die Runner wirklich so eine Vision, dass für die alles rot ist? Oder ist es jetzt wirklich nur im Spiel so, damit es halt hilft? Wie so ein Fadenkreuz, sagen wir mal. Das sieht der Charakter ja auch nicht in echt, ne? Ich schätze mal, dass es wirklich nur vom Spiel aus ist. Denn irgendwie so Groß-Science-Fiction ist das hier jetzt nicht. Ist zwar so eine Dystopie, aber... Oder Utopie, je nachdem. Ist eher... Wo schlimm ist die Welt hier ja nicht, ne? Von daher kann man eigentlich wirklich Utopie sagen. Aber, äh... Oh. Das war ja nicht geplant. Aber halt so ein bisschen, äh... Ne? Zukunft Vision ist das hier ja schon. So, wie kommt... Wo soll ich denn lang, Alter? Komm ich da vorbeige... Alter, das T-Ring, ne? Das geht ja echt gar nicht. Hi. Möchtet ihr bitte raus? Das ist nicht gut. Hi. Schließt mich ruhig ab. Macht mir gar nichts. Oh Gott. Das macht mir aber was. Verdammte! Meine Fresse. Äh... Achso. Ha! Ich seh grad, äh... Dass es, glaub ich, sowieso nicht so intelligent ist. Warum hast du jetzt daneben gegriffen? Kannst du mir das mal sagen? Oh, Mama! Ich bleib daneben! Und mein Fuhl schläft gerade ein, Leute. Das ist ganz und gar nicht gut. Äh... Da kann ich ja auch hin. Ja. Hä? Hast du dich grad echt am Seil so festge... Am Seil lang geschlittert? Das ist ja... Cooler Trick gewesen. Ein richtig cooler Trick. So, kann ich hier irgendwas machen? Vielleicht will ich das da drücken? Nein! Das ist doch frech! Mann! Da haben wir mal eine Nebenfalle. Gibt's doch gar nicht. Ach, egal. Ich glaub, ich geh jetzt mal weiter. Vielleicht sehen wir noch mehr. Auf jeden Fall ist hier noch mehr. Womit ich dann auch wirklich weiterkomme. Vielleicht. Wäre mal... Au, 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 au. Willkommen in der Abwechslung. Weiterkommen. Ja! Das ist was Schönes. Das hat nicht funktioniert. Leute! Ich würd sagen, das war... GTA... Äh, GTA. Meine Güte! Ich hab so viel GTA gespielt in der Zeit. Das war Mirror's Edge für heute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ne? Wenn wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Irgendwie hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!